Aha, und keine Sekunde vergeht, da geht es schon weiter. Und wir haben diesen Milestone ausgefehlt. Die Kosten hierfür sind ja wirklich... wirklich... wenig. Ein Conveyor, was? Ja, der war abgebrochen. Ada, er da mit mir. Mensch. Aber was ich noch machen wollte, genau. Hier, unser Kumpel. Unser Kumpel, die Kumpel. Die haben wir ganz vergessen. Tut mir leid, dass ich dich vergessen habe, der Bohrer. Wir machen aus dir jetzt einen großen Bohrer, ja? Genau. Nein, nein, K1. Kann er jetzt hier bohren, wie er will. Geht das bis hier hin? Ja, ne? Super. Mach'n wir so'n... Ja, wir machen... Wir machen so'n... Ja, wir machen so'n... Und wo gehen wir hin? Hier sooo. Und da gehen wir nach unten. Hier rein. Und bauen dann hier unseren Beton. Hat das schon angefangen? Ein paar Kabel mit. Wie viele haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zu denen spriten wir sieben Teile ab. Wow. Was ist das? Zwei. Zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf, sieben. Zwei, vier, fünf. Zwei, vier, vier, fünf. Zwei, vier, fünf. ich habe es nicht vergessen weil die Fahrten nicht vergessen also sind wir gleich für den Stromausfall so sind wir alle auf dem gleichen Level jetzt müssen wir was wollte ich holen Panzerplattenmittel die Produktion läuft ein Constructor hier hin das ist mir egal wie gut das aussieht dann leg ich hier rein läuft der wirklich schon? ja da läuft noch gar nicht da läuft noch gar nicht da läuft noch gar nicht ah sorry wir haben noch keinen Strom angeschlossen dann stellen wir hier Zement her Zement und dann hier eine Personal Storage Box und alles ich werde nicht so viel Kapazität haben der Beton kommt dann hier rein super 3 3 4 1 das wird das wird schon gut funktionieren oder? da kommt es schon ja super 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 fast alles automatisiert fast geht natürlich noch weiter ist klar wo machen wir den Bugdack? tier 1 overclocking production alles hier rein ist nicht billig gemacht und tschüss 2 4 5 5 5 5 5 5 5 Okay, keine Message. Dann stellen wir eins her. Ah, wir können das also in so einen Generator reinfangen. Äh, wir produzieren schneller. Und der verbraucht auch mehr. Braucht doch mehr, oder? 10,981 Sekunden. Ja. Also, im Generator ist es für mich jetzt nicht so logisch. Höchstens ist einer dieser Schmelzen hier. Aber die sind ja auch schneller als die Produktion. Aber wenn ich den kann, Structure ist jetzt hier, oder? Dann geht die Megawatt hoch in Sau, oder? Ja. Der Verbrauch geht hoch. Okay, dann lassen wir das mal. Ich mein, so viel von den Reinforced Blades bauen wir eh nicht. Ähm, hallo? Hab ich dich ganz vergessen? Tatsächlich? Das tut mir jetzt mal leid. Also, wirklich. Haben wir jetzt einen Stau hier? Ne, ne? Haben wir keinen. Habe ich auch nicht da hoch. Aber nur so lange wie der, ähm, noch auf Lage hat. Jetzt sollte sich der Stau lösen. Hoffentlich. Könnte ich mal bitte hier hoch. Oh, ich warte. Haben wir jetzt immer noch Stau. Das hat mir eigentlich so gestaut. Hier kommen immer, ist doch immer zwei Platz dazwischen? Ja, ne? Jetzt müssen die eigentlich locker hier da. Ne, was? Nein. Ich werde jetzt jetzt perfekt. Ich werde jetzt perfekt hier so aufgereiht. Das ist richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Okay. Aber... Nichts ohne trotz müssen wir nachschupolen. Unser Benzin. Ja. Mit dem Hügel hier. Ja. Das ist wieder langweilig hier. Tatsächlich. Scheiße. Ja. Was muss das? Muss das? Muss irgendwas rum herkriegen, Leute. Weihnachten. Das wird alle Blätter nicht rum. HYAN. Ja. ... ... Das wird alle Blätter nicht herkriegen. Oh, es muss noch Eisen, super. Was soll ich denn mit noch mehr Eisen? Ich bin jetzt schon überfordert mit dem was ich hab. Jetzt haben wir ein bisschen was. Aber das langt ja noch lange nicht, ne? Wenn man so ein bisschen Ruhe haben will, muss man ja ewig lang Material suchen. Ohhhhhhhhhh! 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 Ohhhhhhhhhhhhhh! Müschen... Egal. Jetzt ist man zum Beispiel weit weg von der Basis. Vielleicht bin ich so. Ich muss hier mal irgendwelcher Monster auf uns klauen. Das kann ich noch nicht kennen. Oh, ich nehme euch noch mal. Zack. Zack. Jetzt haben wir 1000 Hals. Oh! Und das Spiel ruckelt. Ich hatte gerade... Also ich hatte gerade ein eingefrorenes Bildchen. Ich weiß nicht wie es bei euch war. Ich hoffe ihr seht das gleich schwierig. Ich hoffe ihr seht das gleich schwierig. Ja. Wo war das? Rechtsblätter. Rechtsblätter, ja. Rechtsblätter. Links Holz. Zack, zack, zack. Das war auch nicht alles, oder? Ja. Das war auch nicht alles, oder? Ja. Was machen wir denn als nächstes? Was sollen wir das hier mal machen? Nur zwei Berries da hoch schicken. Das ist ja. Was für ne Verschwendung für die Rakete. Jetzt kriegt die da hoch wegen... Zwei Bären. Ne, ne? Schon grad sagen. Ja. Das wär ja skandalös gewesen. Und dann nochmal Tier 1, dann haben wir fertig. Okay, der hebt wieder nicht ab. Aber wir haben den Raketenknopf. Komisch. Tier 0, Tier 1, dann sind wir fertig. Juhu. Und hier zwei müssen wir auch noch machen. Dann selekten wir doch mal. Ja, eine Menge Stamm. Lacken wir mal runter. Und hier eine Menge Beton. Aber jetzt natürlich nicht. In die Maschine gelegt zuerst. Craften wir das schnell. Dengel, dengel. Zwei. Die Masse. Und die Masse, zwei, die Nabel, können wir ergrafen. Noch mal Verstanden. Verschrauben. Benzschraube. Schau, aber was denn ist. Super. Was brauchen wir noch? Oh, ich hab dasタsch auch viel zu schnell. Kabel, 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 oh, kein Problem, oh, viel zu viele Kabel. Latten, nicht genug Latten, nicht genug Latten, das war es ja unglaublich. Aber jetzt kann der Kabel, super, tschüss. Milestone reached. Buildings aimed at factory traversal, including several different categories of jump pads, can now be accessed in the build menu. Caution is recommended during use of these products. Ja, legen Fallschaden. Ist schon klar. Deswegen gibt es ja auch ein Landingpad. Was jede Menge Biomasse kostet, meine Güte. Was ich noch machen wollte. Haben wir noch von diesen fiesen Ramböcken hier irgendwo? Wir bräuchten noch so ein bisschen Gelatine von denen. Hallo? Fiesen Ramböcke? Hier oben ist auch eine riesen Fläche, ey. Was sind denn die Fieslinge? Die waren immer in der Nähe von Eisen und so, ne? Ich sehe aber auch keine. Hallo? Fieslinge? Da oben ist schon wieder so was rotes. Da ist einer von den großen. Da hinten ist einer, oder? Da ist einer. Ja. Wir brauchen fünf von diesen Dingern. Oh, da ist noch eine Schnecke. Hier sind zwei. Oh. Hallo? Aha, einen haben wir. Wenn du willst... ...dich mit mir anlegen. Ach, ganz vergeben. Oh, was ist das denn da hin? Hallo? Hallo? Oh. Hier sind noch zwei Fieslinge. Hallo? Nicht mehr so lebendig, wie ich sein wollte. Was ist das denn für einer? Hallo? Bist du mir hinterher? Du hast Angst vor mir. ... 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 Möchtest du was essen? Das ist ein kleiner Stranger. Ich weiß nicht was das für einer ist. Box Seed. Noch etwas Neues was wir gefunden haben hier. Box Seed wird abgebaut. Nimm mir mit. Natürlich nimm mir was mit. Hoi. Bis am Ende der Welt hier. Oh nach der Schnecke. Super. Die übrigens auch das einzige sind was wir brauchen für diese Erweiterung. Für diese Overclocking Coaster. Ich würde sagen wir zischen nach Hause. Sollen wir hier Eisen? Ist hier Eisen? Oder ist das Eisen? Das ist hier Fieslinge. Aber wir haben jetzt genug Fieslinge. Wollen wir nicht mehr. Um diesen Forschungspunkt dann noch zu machen. Was sind die Fieslinge? Was sind die Fieslinge? Vögel. Vöglis. Vöglis. Das sieht alles grün aus. Ja das läuft auch noch alles. Leckt nur ein bisschen. Ohja. Wir laufen jede Sekunde. Auf die Sparflamme hier 1, 2 und 3. Glocke rein. Es geht nicht da rein. Und hier. die andere ist zwar hier vorne ich muss sich mit ein bisschen weniger vergrüben aber klappt schon ähm genau dann forschen und dann voll gewinnen leider oh wir haben noch nicht genug nein ich dachte wir hatten genug ich wollte doch analysieren ok dann ja ich selekte dir mal einen Meister und ich würde sagen bis zur nächsten Folge tschüss